Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Folge One Hour One Life. Ich bin ein Baby und ich heiße anscheinend Fia. Achso, ich kann nur eine Sache schreiben. Und ja, in diesem Spiel geht es darum, dass man ein Leben lebt. Man kann bis zu einer Stunde leben, so ich das rausgehört habe. Nein, Mama, komm her. Sie muss mich füttern. Mama! Und ich heiße anscheinend Fia, also bin ich ein Mädchen. Das ist schön. Am Anfang kann man in diesem Spiel noch nicht so viel machen, weil wir halt nur ein Baby sind und Babys können halt noch nicht so viel, außer ein bisschen rumschreien. Und wir sind halt auf unsere Mutter angewiesen. Oh nein, wo ist Mama hin? Mama ist schon wieder weg. Warum hat der so ein cooles Schafkostüm? Ich will auch so ein Schafkostüm. Mama, ich will auch so ein Schafkostüm. Ach, guck mal, wir haben einen kleinen Hund. Nee, einen Lamp. Oh, ich verhungere. Mama, bitte heb mich auf. Mama, bitte. Mama, 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 ich verhungere. Mama, Mama, Mama. Da hat Mama mich einfach sterben lassen. Ich bin einfach verhungert. Was ist das denn für eine Mutter? Die hat einfach einem anderen Kind gesagt, ja, hol dir irgendwelche Buttons oder so und hat mich einfach verhungern lassen. Schlechte Mama. Das war ein blödes Leben. Hallo, ich bin zum Glück schon wieder in so eine Kolonie geraten. Na, wie heiß ich? Sie hat eine Krone auf. Meine Mama ist die Königin von Gustavistan. Wie heiß ich? Hallo? Mama? Mama, wie heiß ich? You are King. Ja, guck, sie ist wirklich die Königin. Nice. Nice. Das N steht für nice. Guck, sie ist die Königin. Sie ist die Königin und ich bin der King. Das ist ein besseres Leben. Wir gehören zur Königsfamilie. Was haben wir hier? Warmatten. Ach, das wollt ihr doch eben haben. Sind wir in dieselbe Kolonie gekommen? Guck mal, da sind unsere Arbeiter. Hier ist der Wolfsmensch. Hoffentlich... Bitte, bitte lass mich nicht verhungern, Mama. Mama, ich bin schon wieder verhungert. Mama, bitte. Mama, Mama, bitte heb mich auf. Mama, Mama, ich verhungere. Mama, nein, nein, Mama. Danke. Das war richtig knapp. Okay, ich erkläre mal ein bisschen. Hier unten haben wir den Foodmeter. Der geht immer höher, je älter man wird. Und am Ende wird er auch wieder niedriger sein. Und am Anfang ist es halt wichtig, dass man einfach die ganze Zeit gefüttert wird. Und das geht halt nur durch die Mutter. Später kann man sich selber füttern. Also beziehungsweise man kann essen und dann dadurch seinen Foodmeter hoch machen. Aber bisher sind wir halt noch ein blödes Baby und müssen darauf bauen, dass unsere Mutter uns stillt. Thanks. Oh, guck mal, wir können schon zwei Sachen schreiben. Thanks. Können wir eigentlich auch Smiley schreiben? Nee, schade. Meine Mutter ist die Beste. Wie heißt sie denn? Nina Wobbling. Die Königin. Shut the fuck up. Lieu. Oh nein, was ist hier los? Ja, aber wie ist das denn jetzt? Ist der König gestorben und ich bin der neue König? Müsste man nicht erst mal Prinz sein, bevor man König wird? Kids don't fight. Okay, Mama, werde ich nicht machen. Oh, hier sind ein paar Leichen. Sollten nicht mal weggeräumt werden. Danke, Mama. Hallo, Kind. Hallo. Hi. Hallo. Oh nein, sie hat noch ein Kind geboren. I like you. You are Lily. Guck, ich bin hier der King. Das ist Lily und das ist mein Nieß, mein Neffe, glaube ich. Mein Neffe Justin Wobbling. Youth will be good kids. Of course, Mama. Of course, Ma'am. Aber ich bin der King. I love you. Das muss ja richtig nervig sein als Mutter. Einen Glück bin ich als Mann geboren. Ja, wir sind ein bisschen größer. Okay, jetzt können wir uns um uns selber kümmern. Denn jetzt haben wir Haare auf dem Kopf. Und ich hoffe, wir haben hier irgendwo in dieser Kolonie... Also hier liegt auf jeden Fall schon was. Hier liegt eine Karotte. Die nehme ich schon mal mit. Und ja, man muss einfach überleben. Hoffen, dass man überlebt. Wir haben hier richtig viel Essen. Ich glaube, wir sind in eine richtig gute Kolonie geraten. Und das Erste, was ich machen möchte, ist mir so einen Korb erstellen. Und zwar, das geht, indem man hier dieses Zeug nimmt. Oh nein, doch nicht. Was habe ich denn jetzt? Hä? Ging das nicht so? Ach, wir brauchen erstmal einen Stein. Okay, wir müssen erstmal einen Stein finden. Äh, oh Gott. Aber wir verhungern leider noch relativ schnell. Deswegen dürfen wir noch nicht so weit weg von der Kolonie. Weil sonst verhungern wir. Aber unsere nächste Aufgabe ist auf jeden Fall, einen Stein zu suchen. Komm, wir haben hier sogar richtig Kühe. Wir haben so einen richtigen Pferdestall. So einen richtigen... Ja, so einen richtigen Stall. Wie auf einem kleinen Bauernhof. Richtig schön. Oh Gott. Man kann sogar Pferden reiten, was? Das wusste ich gar nicht. Das ist voll die krasse Kolonie hier jetzt ohne Witz. Äh, okay. Weiter erklärt. Hier unten haben wir noch einen Temp-Meter. Äh, je kälter einem ist, umso schneller geht der Food-Meter runter. Und wenn man zu warm ist, dann geht er auch weiter runter. Und ansonsten... Seht ihr hier unten, wo meine Maus gerade ist, auch noch die ganzen Crafting-Elemente? Wir brauchen jetzt zum Beispiel einen Flinchip und einen Gooseberry. Dann kann man hier Gooseberry-Seats machen. Und dann kann man noch mehr von diesen Bärenbüschen anbauen, wenn man denn will. Und wir brauchen jetzt aber erstmal einen Stein. Und mit dem Stein kann man einen spitzen oder einen scharfen Stein machen. Und mit dem scharfen Stein kann man quasi alles machen. Ich finde hier keine Steine. Die müssen doch hier irgendwo sein. Ist das sein Stein? Bist du ein Stein? Flint... Ne, Flinchip. Ich will keinen Flinchip. Ich brauche einen richtigen Stein. Oh, shit. Ich kann mich nämlich nicht so weit von zu Hause entfernen, ohne zu sterben. Ich brauche schon Essen. Und ich möchte ehrlich gesagt kein... Kein Basket von den Leuten hier klau... Oh, voll. Wir haben so viele davon. Komm, wir klauen jetzt einfach hier diesen... Diesen Basket. Die brauchen die... Die... Ah, ja, bestimmt nicht. Okay, so, wir haben einen Basket. Den haben wir selber gemacht, falls jemand fragt. So, erstmal wieder Essen. Nom, nom, nom. Und jetzt packen wir das da rein, damit wir immer schön was zu essen mithaben. Und dann gehen wir auf coole Erkundungstour. So, und jetzt geht's auf Wanderschaft. Wir suchen unseren ersten Stein. Ja, das wird geil, Leute. Wir müssen uns nur merken, wo unser Zuhause ist. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel diese... Diese bisschen Stein-Dinger schon. Wenn man... Wenn ich jetzt noch einen Stein finde, dann könnte ich da... Da liegt auch einer. Ist das nicht ein Stein? Okay, erstmal Essen. Nom. Jetzt nehmen wir diesen Stein, packen ihn auf diesen Big Hard Walk. Und daraus entsteht ein Fö... Ne, ein Sharpstone. Und wir sind der König. Das heißt, wir dürfen sowieso nicht sterben. Ich weiß gar nicht, wo meine ganzen Gefolgsleute hier sind. Müssten wir mich nicht beschützen oder so? Wir müssen noch ein guter König nachher sein. Damit ganz viele kleine Kinder geboren werden können in unser Königreich. Oh Gott, ich glaube, ich verhungere, wenn ich hier zu lange bleibe. Auf jeden Fall können wir jetzt hier den Straight Branch noch klein machen. Dann haben wir so einen... Coolen Stock dabei. Den können wir nochmal klein machen. Und wenn wir daran noch Ropes machen und das mit dem Stein verbinden, dann können wir uns eine kleine Axt herstellen. Oh, da sehe ich schon was. Guck mal hier, wir nehmen einfach nach den Stone hier raus. Ach, liegt das gar nicht auf dem Boden? Oh, ich dachte, das liegt auf dem Boden. Aber das liegt auf dem Boden. Ach so, daraus kann man auch nur die Dinger machen. Oh, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ah, wir verhungern schon wieder. Wir müssen schnell nach Hause. Oh Gott. War das weit weg? Ich hoffe nicht. Ich will nicht verhungern. Nein, bitte. Hallo? Oh oh. Hier ist doch schon zu Hause. War das hier nicht irgendwo? Oh, wir brauchen schnell so eine Karotte. Es gibt auch verschiedene Essenssachen. Jetzt steht da zum Beispiel Yum. Und das bringt dann hier so ein Plus Eins Essensmeter. Das heißt, einem geht es dann besser. Und das ist halt toll. Aber es gibt auch noch Essen, das nicht so gut schmeckt. Und das sollte man am besten vermeiden. Ich glaube, ich nehme mir noch so eine Karotte mit. Die sind nämlich, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber wir suchen jetzt... Was suchen wir denn eigentlich? Wir suchen... So ein hohes Gras. Das hier. Genau. Ich will nämlich meinen eigenen Basket machen. Beziehungsweise... Ja, doch. Wir machen uns einen eigenen Basket, damit wir unserer Familie nicht auf der Tasche liegen. So, dafür brauchen wir unseren Stone. Und dann schnobbeln wir das hier einmal. Und wenn wir die zusammenpacken... Hä? Ach, das ist Weed. Das ist gar nicht das, was ich brauche. Oh, verdammt. Ich dachte, das wäre was anderes. Nein. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, Leute. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir wieder nichts zu essen. Ah, das Essen geht so schnell weg. Das ist unfassbar. Also, wenn man nicht in so eine gute Zivilisation hier reingeboren wird, dann ist das, glaube ich, echt schwer zu überleben. Ich habe noch nichts für die Familie hier getan. Ich möchte zumindest irgendwas... Irgendwas möchte ich machen für die Familie. Irgendwas, was sie weiterhilft. Als guter König ist das meine Lebensaufgabe. Okay, was ist das hier alles? Oh Gott, hier ist auch schon jemand gestorben. Ich bin aber gar nicht so sicher, was ich gerade suche. Ich suche, glaube ich, Robes. Oh, ein Büffel. Oh, nö, da will ich nicht hin. Gut, dass ich zurückgeglitscht bin. Hier, das hier ist, glaube ich, kein Weed, oder? Doch, das ist auch Weed. Warum ist das alles Weed? Ich will kein Weed. Was ist das? Indigo. Kann man damit was machen? Wenn wir da den Stein gegen machen. Was ist das jetzt? Indigo Bundle. Indigo Bundle plus Simmering Water gleich Simmering Indigo Die. Okay, verstehe ich nicht. Ja, die Sache ist, unsere Zivilisation ist hier schon relativ weit. Deswegen gibt es hier wohl in der Ernährung und Umgebung erstmal nicht so viel, was man irgendwie entdecken könnte. Verdammt. Aber wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Oh Gott, die ganzen Bären sind weg. Wir werden hier viel zu viele Leute... Oh, ups. Hallo Kinder. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Leben in meinem Königreich, denn ich bin der König. Ich will mir aber zumindest ein Bundle machen. Ich möchte mir eine eigene Axt machen. Komm schon. Das kriegen wir hin, Leute. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen weiter weg und hoffen einfach, dass hier vielleicht irgendwo Bären auf dem Weg sind, sodass ich nicht verhungere. Gott, was ist das hier für ein Wald? Sind das Bananen? Huch, ich habe einen Sonnenbrand. Wieso habe ich einen Sonnenbrand? Oh, hier sind aber Bananen. Und jemand hat meinen Korb geklaut. What? Ich bin in den Wald gegangen. Mein Korb ist weg und ich habe einen Sonnenbrand oder so. Hä? Und mein... Was ist denn jetzt los? Ich glaube, ich wurde gestochen oder sowas. Hä? Nein, ich verhungere. Oh Gott, was ist das? Ja, das geht ja richtig schnell. Okay, ich glaube, mich hat irgendwas vergiftet. Das sieht nicht gut aus. Ich war nur zwölf Jahre alt? Okay, das probieren wir nochmal. Hallo Mama, ich verhungere. Hallo Dave. Dave ist mein großer Bruder. Ich bin Dave. Okay. Hi. Ich verhungere. Ich verhungere. Nein, Mama. Bitte. Bitte nimm mich in den Arm. Danke, Mama. Die Zivilisation eben war aber besser. Da war ich sogar König. Jetzt bin ich einfach nur noch Dave. Ich will nicht nur Dave sein. Be careful of animals. Okay, Mama. Ah, guck mal. Sie erklärt mir alles. Sie ist eine bessere Mutter als meine alte Mutter. Meine alte Mutter hatte zu viel zu tun mit ihren königlichen Sachen. Ja! Ich habe Haare. Ich habe Haare. Wuhu. Ich habe eine Bananenschale. Mama, ich habe eine Bananenschale. Guck mal, Mama. Guck mal, Mama. Okay, danke, Mama. Danke, dass du mich am Leben gelassen hast. So, dann lass mal suchen. Oh, wir haben hier Enten. Das ist toll. Aber wir sind hier irgendwie in so einem komischen Urwald. Ich weiß nicht, ob ich hier zurechtkomme. Oh, hier oben ist Weed. Ne, Tür... Das meinte ich nämlich. Das wollte ich haben. Hier, mit diesen Teilen kann man sich nämlich einen Korb machen. Kannst du mich... Kannst du mich füttern? Nein? Okay. Dann muss ich wohl Bananen essen. Ups. Ja! Ich kann selber Bananen essen. Das ist geil. Hier, für die Familie. Ein paar Bananen. Zack. Geil. Wo ist mein Stein hin? Ey, sie hat mir das weggenommen. Nein, ich wollte einen Korb bauen. Mama! Wo hast du das Teil hingelegt? Da. Das ist meins. Das ist meins. Oh, wächst das, wenn man das da hinlegt? Wie hat sie das gemacht? Sie hat das da gerade irgendwie so komisch hingelegt. Sie kann mich doch noch füttern. Ja, ich bin ein Baby, das lange gefüttert wird. Ich bin hier das Baby. Da. Ist das ein Weibchen? Oh. Sister. Sister. Haben wir also auch noch eine kleine Schwester. Das ist doch schön. Was haben wir denn sonst hier sonst noch? Wir haben hier nicht so viel irgendwie. Relativ am Anfang der Zivilisation hier gerade. Ich gehe mal auf Erkundungstour, Leute. Wir sehen uns später. Ich klaue noch euren Korb, ja? Oh, da ist kalt. Da will ich nicht hin. Ohne Kleidung erfriert man da nämlich richtig schnell. Pinguin. Oh nein, eine Wettlesnake. Oh Gott, wenn die mich frisst, dann bin ich tot. Oh, meine Familie hat mich vor dir gewarnt. Du böse, böse Gratter Snail. Snail. Snake. Snape. Snape. Server with Snape. Was ist das für ein komischer Ort hier? Hier ist überall Wald. Also irgendwie so dschungelmäßig Wald. Und dann im nächsten Moment ist hier Schnee. Oh, ein Kaktus. Kann man den Kaktus irgendwie kaputt machen? Ne. Oh, wir haben noch mehr Haare bekommen. Ja, schöne Sache. Okay, also eigentlich, wir sind hier sehr gut aufgestellt mit den ganzen Bananen. Sollten wir auf jeden Fall ein bisschen leben. Schön. Also neben so Bananenstücken kann man auf jeden Fall gut leben. Ich wurde schon wieder gestochen. Von was? Wild Mango Tree oder was? Oh, das ist kacke. Ich kann nicht mal was nehmen. Moment. Ich bin jetzt in den Untergang geweiht. Oh nein. Kann ich wirklich so gar nichts nehmen? Ne. Hä? Ich bin einfach irgendwie vergiftet und darf hier nichts nehmen. Was ist denn mit mir? Yellow Fever. Ich habe Gelbfieber. Oh nein. Ich bin jetzt zweimal am Gelbfieber gestorben. Heute. Nein. Nein. 博ier. Wie ist das? Ja.